Internet präsentiert GoToTape, das webbasierte Online-Video-Management-System für Sportvideos, speziell für Trainer, Schiedsrichter und Sportler. GoToTape ist ein Internet-basiertes System, das aus einem Video-Management- und einem Kommunikationssystem besteht. Das Video-Management-System speichert Videos und Bilder aus einer beliebigen Anzahl von Spielen, Trainingseinheiten, taktischen Anweisungen oder anderen Ereignissen. Die integrierte Datenbank ermöglicht die Speicherungssysteme, die man mit dem Video-Management-System anbieten kann. Kategorisierung aller leistungsrelevanten Daten einer Mannschaft oder eines einzelnen Spielers, mit denen Verbesserungspotenziale und Trainingskonzepte erstellt werden können. Kategorisierung Ihres Videokatalogs nach Trainingseinheiten, Spielszenen oder auch der gegnerischen Mannschaften. Autorisierte Personen können sich diese gespeicherten Videos ansehen, in einzelne Phasen zerlegen, grafisch markieren und Audiokommentare hinzufügen. Unabhängig von Zeit und Ort können Sie sich mit Ihren Teammitgliedern im Videokonferenzraum virtuell treffen und ausgewählte Szenen wie Trainingseinheiten, taktische Anweisungen oder auch die Stärken und Schwächen Ihres nächsten Gegners gemeinsam anschauen. O2Tape O2Tape – das webbasierte Online-Video-Management-System für Sportvideos speziell für Trainer, Schiedsrichter und Sportler. Wir bedanken uns bei der Mannschaft vom TSV Stieligen und insbesondere bei Ihrem Trainer Joachim Germann.